hallo und herzlich willkommen zu let's play other one episode 4 mein name ist suicide snowman und das letzte mal haben wir die erste filmrolle entdeckt und sind ein bisschen weiter gekommen in der denn mein und jetzt heißt es wohl wieder suchen es Das ist eine andere Reader-Rocke. Okay. Oh, der funktioniert gerade nicht. Aber wir können den auf jeden Fall schon mal hier rein. Oh, es funktioniert dann doch. Whatever you do, don't listen to it. Okay. Woah, hell. Hit the Switch Restorer. War das kaputt gemacht? Nee. Hat nicht geklappt, ne? Und nun? Oh, doch, es ist zerstört. Eine Tür. Äh, was? Okay. Okay. Und nochmal zwei Türen und werden direkt hier reingezogen. What the heck? Woah. Woah. Moments, like stars, are passing me by. Burning so bright and so fast, as if they never truly existed at all. They're so beautiful. So fragile. I want to hold on to them. I want to hold on and never let them go. Why can't I hold on anymore? Please. Okay. Das war jetzt echt mal ne strange Nummer. Aber, äh, läuft. Läuft. Ich glaube, wir haben das erste Level gerade geschafft. Kann das sein? Es wirkt zumindest mal so. Restorer? Kannst du mich hören? Oh, da bist du. Entschuldigung. Was du gerade erlebt hast, war ein Relapse unserer Patientenskondition. Hoffentlich hast du nicht zu viel Schmerzen, während du da drin hast. Jetzt. Das Objektiv, wie gesagt, ist, was Gene's Artefakt zu bestellen. Im Moment im Moment, wir wissen nicht, was dieses Item ist. Wir brauchen, Informationen aus wichtigem Erinnerung aus wichtigen Erinnerungen, die unsere Klienten noch verstehen können. Der Grundversorgung erinnern. Alles klar. Ein Projektor, ähm... Restore. hier können wir noch nichts tun gut ja hier haben wir diesen einen projektor diese eine rolle kann ich die da nicht rein machen ach das muss ich wahrscheinlich hier oben tun ich bin alles klar packen wir wieder ein und archivieren es ansonsten haben wir hier unten nichts mehr interessantes hätte ja sein können dass da irgendwie was dazu gekommen ist oder so aber anscheinend nicht drücken wir einfach mal dreieck wo kommen wir denn da raus dann hier oben wo wir angefangen haben es ist immer noch der mann nichts tasche bücher haben wir denn hier unten so eine dose kombination dial aha das nehmen wir doch mal mit und gehen direkt zurück das kann man doch bestimmt hier einsetzen doch nicht aber wir haben es also von daher der hat das irgendwie klar da hat es vielleicht gleich irgendwo eingesetzt denn ich kann es auch gar nicht mehr so als item hervorholen okay gut dann werben kann den bergen nehmen wir dann haben wir es doch jetzt da haben wir es gut wir nehmen es einfach mal mit schaule painters journal number one entry one of ten ich habe been told by my doctor that keeping a child about my workshop work will be beneficial for my treatment even at this early stage in this morning's workshop I painted for the first time in around five years my doctor was indeed right I felt incredibly relaxed as I sat there in that light and breezy room brush on paper it reminded me of a time long ago when I used to paint professionally I have struggled and remembering my most recent work but I do remember that long ago I produced a painting that overlooked pinwheel harbor tracing the coastline all the way to st paul's lighthouse a deep sense of inspiration was felt when this memory was rediscovered like an old photo album in the attic it made me feel good again that's klingt doch schon mal gut da macht man fortschritte man da macht jemand fortschritte aber hier außen fußmatte mit welcome drauf eine angel soll das wohl darstellen pinwheel harbor immer doch oh hier haben wir pinwheel mayday festival das hatten wir doch schon mal irgendwo gucken wir mal was wir hier drin finden eine schleife interessant clipboard herbs and spices go here okay kinders das ist keine gitarre das nennt sich klavier okay jd taylor ja bleiben wir mal bei dem combination item arsenic okay okay ich lege das mal hier ab so und now check ribbons in case music box ah da haben wir jetzt eins pinwheel village pinwheel industrial brimcliffe mines pinwheel harbor okay okay eine erinnerung haben wir von ihr so dann gehen wir mal da nach unten ja dann nichts zu sein holz jetzt noch rechts das ist schon eine große umgebung gerade schauen wir mal in dieses haus rein das ist ja das ist 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 ja schon mal nicht schlecht da kann man nichts mitnehmen aber der ofen brennt schauen wir mal ins obere stockwerk würde ich sagen das kann man ganz runter lassen das wird wieder nach oben Okay. Radio. Brief. Dear Aaron. Dear Aaron, my sleepless nights have now almost stopped. The rolling sound of the buyers out of the sea helped me to drift off every night and Poppy sleeps soundly at the foot of my bed next to my tools. It has been difficult to continue blacksmithing in the same capacity as an old man. There are so many repairs that I need to do for the locals that I am just not quick enough to do it in time. Anyway, those Wainwright kids have been playing around the furnace again. They come down to watch the toy boat races on the river, but like to take excursions into my workshop. I know your neighbors with their parents, so could you ask them to have a word with their children for me? I just don't have the energy to chase them anymore. Yeah, mein Gott, das sind Kinder. Aber ich verstehe es, wenn es bei der Arbeit stört, ist es blöd. Wir haben eine Bibel, ich glaube die brauchen wir ja nicht. Note, damaged floor, dear Mr. Bell. Although I'm grateful for the extra income, I'm slightly worried about the damage you've done to my floor whilst putting your cables under my workshop. The floor looks very weak and I'm nervous every time I have to carry something heavy over it. Anyway, I've made the repair cable you asked for. It's only a temporary fix, but it should do the job. We'll talk about the floor again soon. Okay. Sein Boden ist kaputt, der quietscht auch schon die ganze Zeit komisch. Ich hab doch gedacht, dass irgendwas nicht stimmt. Hier ist nichts, nichts. Ganz unten? Auch nicht. Nee. Ach. Auch hier nichts. drüben ist das Pinwheel Post Office. Können wir den runterlassen? Nee. Oh, hier haben wir die Wires. Da hat doch irgendwas von Kabeln geredet, die man reparieren sollte. Die brauchen wir bestimmt noch. Und die legen wir jetzt dann auch hier gleich ab. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, können wir die Folge auch für heute beenden. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde es mich freuen, wenn ihr sie bewerten würdet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei AdaOne. Bis dann. Ciao.